Herzlich Willkommen zurück zur weiteren Adventure Map mit Glabur, da unten sehen wir ihn. Ja, ich bin immer noch am Gimpen. Genau, wir sind hier in dem Wald. Ja, ich muss noch den letzten Sprung machen. Darum harte ich natürlich, bis der liebe Glabur bei uns ist. Ja, weil er möchte ja nicht, dass ich die Map wieder abbreche. Es ist ja wieder typisch. Jetzt wirft er mir auch noch die ganzen Bücher hier hin. Was? Ja, jetzt habe ich noch ein Buch. Oh, diese fucking Bücher. Kannst du das mal lassen? Also echt. Also geht das mit dir echt nicht weiter. Wirklich nicht. Komm und hau mich doch. Ich hoffe, dass ich gerne nicht in Game Mod komme und dir was aufs Maul haue. Ist doch kein Problem. Dann kann ich ja wieder hochfliegen in Game Mod. So. Jawohl. Äh, die Holzklötze war nicht der richtige Weg, wo es da eigentlich auch lang gehen müsste. Links die Holzwege. Rechts. Achso. Könnte sein, dass du abkürzen kannst. Keine Ahnung, aber ich glaube es... Ich probiere es mal hier lang. Hier geht es nicht weiter. Gab es ja eigentlich keinen Checkpoint oder so? Nein. Okay. Ich habe zumindest keinen gesehen. Es ist so komisch, weißt du, er hat da genauso... Oder er legt uns halt rein. Blub, 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 blub. Was hast du? Blauer. So, dann üpfen wir jetzt halt hier rüber. Genau. Von da musst du auf diesen einzeln stehenden Steg. Dann einen weiter und dann auf die Leiter. Denen Steg? Äh, siehst du mich? B. Steg? Bämme, Bäume? Ja, das ist so ein halber Block ist da. Zwei Stäbe und ein so ein halber Holzblock. Ah, da! Genau. Und da muss jetzt noch einer sein. Ja, verfehlt. Vergibend. Ja, da ist dann auf jeden Fall noch einer und da kannst du dann an die Leiter dran. So komme ich nicht, ne? Doch, wenn du rechts die Bäume lang gehst, dann kommst du wieder auf den zweiten Vorsprung. In dem Sinne gibt es ja doch eine... Eine... Abkürzung. Ja, in dem Sinne einen Checkpoint, weil es gibt ja irgendwie hier nur einen Weg. Äh, jetzt bin ich ganz woanders. Ich auch. Bist du runtergefallen? Bin gestorben, ja. Äh. Wo muss ich denn jetzt hin? Scheiße. Jetzt mal da hoch. Ich habe irgendwie abgekürzt. Keine Ahnung. Hier geht es weiter, ja. Ja. Ja, hier geht es weiter, ja. Nein. Ach, hier geht es auch lang. Okay. Boah, ich will jetzt hier nicht runterfallen. Ich hatte gerade so eine schöne Abkürzung gefunden. Ja, und jetzt. Ende. Ah, nee, da drüben. Ins Dunkle. Boah. Okay. Boah, letzter Sprung. Letzter Sprung. Geschafft! Na, guck. Ah. Alter Schwede, was für eine Hammer-Map. Ich fand sie jetzt nicht schlecht. Weil man ein bisschen überlegen musste, wo man langen muss, ne? Ja. Fand ich jetzt gar nicht schlecht. Gut, ich habe irgendwie hier hinten abgekürzt. Keine Ahnung, ich bin über die Bäume und dann, zack, habe ich hier oben drauf gestanden. Ja, jetzt habe ich ja vorhin einen anderen Weg gefunden, Andi. Da ist der Start. Ich habe keinen Doppelsprung mehr hinkriegt hier. Doppelsprung. So, wenn man jetzt hier lang... Äh. Doch. Äh, das wäre auf jeden Fall... Ja, und bis dahin bin ich sofort gekommen. Bis dahin habe ich abgekürzt. Ja, abgekürzt kann man ja auch nicht sagen. Ich bin halt auf die Bäume gefallen. Ja. Ja, kann man ja nicht abkürzen, denn in dem Sinne. Eigentlich. Ist ja einfach nur... Ja, gut. Bin falsch weg gelaufen auf den Bäumen, ne? Ja. Und habe dadurch die Abkürzung gefunden. Na, jetzt macht der Andi das aber. Wie viele noch kommen, Leute, wissen wir ja auch nicht so richtig. Wir sind gespannt, was als nächstes kommt. Ja. Jo, auch geschafft. Ja. Ja, müssen wir zurückfliegen wieder, ne? Genau. Äh. Ne. Hier hin. So. Hier hatten wir auch noch nicht, ne? Äh, war noch zurück nicht noch einer? Ich weiß es nicht. Ja, wir gehen jetzt mal hier lang. Genau, die hatten wir nämlich auch noch nicht. Okay. T. T. Mode. Zwei. Alles klar. Äh. Da ist wieder ein Knopf. Ich probiere es einfach. Ach, jetzt leckte es wieder. Speed. Schwierigkeit 9. Sterben könnte man hier. Ja, aber wo es hier lang geht, habe ich keine Ahnung. Ah, der alte Lausebub. Hier oben. Ich hab's geschafft. Ja, du bist durchgeschummelt, weil ich den Knopf gedrückt habe. Geht nicht, du musst auf den Knopf drücken. Dankeschön. Aber ich weiß jetzt, wo es lang geht, wenigstens. Aber ich weiß nicht, wie ich... Ah, okay. Nein. Dreckt vorgericht gleich die Tür wieder zu. Nee. So. Knopf drücken und gib ihn. Oh, wieder falsch abgebogen. Ah, kann man vergessen. Warum ist da jetzt die Tür zu? Hast du was zugebaut? Nö. Hä? Ach, da ging's doch lang. Äh, oh, wieder verkackt. Okay. Ja, brauchst halt noch nicht drücken. Du musst jetzt warten, bis die Tür auf ist. Hat er schon aufgehört zu knittern? Ach, wieder verlaufen. Egal. Du bist dran. Gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach. Ein Stück, ein Stück, ein Stück Rap-Bull für die Mutti. Ja, dann geht es ihr wunderbar. So wunderschön. So ein Tag. So wunderschön wie heute. Scheiße. Ich weiß noch nicht, wie man hier sterben kann. Aber egal. Äh, wahrscheinlich, wenn man im Feuer stehen bleibt. Und los geht's. Oh, ja. Ach, das ist doch scheiße mit dem Wetstone, dass das dann leckt. Echt. Hast du das auch gehabt? Ja. Rerf ich echt. Dynamic Lights. Habe ich nicht drauf. Hallo. Hallo. Hubsi und rein. Ja, so kann man das jetzt in etwa sagen. Und ich bin nirgendwo hängen geblieben. So eine Scheiße. Oh, das sieht gut aus. Laufst du mal ganz oben da lang? Ja. Katte in dem Sinne so ein bisschen, kann man sagen. Jetzt brenne ich erst mal ohne Ende. Geht's auch lang. Kann man hier rüberspringen? So. Ah, wir probieren das mal da lang. Gucken, wie das ausgeht. Na dann. Nein. Ach, mein Gott. Weil, nur weil die Scheiße leckt, ey. Geht mir doch schon voll auf die Nüsse. Hör zu. Ja. Jetzt auf. Oh. 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 Nein, du musst da nicht drauf gehen. Mein Gott, dass die Scheiße immer leckt, ey. Bei dieser Scheißaufgaben. Da krieg ich so einen Rappel bei. Echt. Hm. Minecraft. Programmiert. Ah, toll. Jetzt kann ich warten. Programmiert alles laggy und scheiße. Oh, ich höre, wenn die Tür zu ist. Zu. Alles klar. Kann so nicht spielen. Das wird eine Sache, die unmöglich ist, weil es einfach leckt wie Sau. Hat überhaupt gar keinen Sinn. Mit Shader schon mehr Frames wie manche Leute. Nur weil die so asozial programmieren. Mein Gott. Krieg ich echt die Pimpernellen bei. So ein asozialer Fotzenscheiß. Nein, du musst da nicht drauf gehen. Mann, Mann, Mann. Wichs-Scheiße hier. So. Weiter geht's. Jo. Game Mode und zurück. Oh, da krieg ich echt die Pimpernellen bei. Es ist schön gemacht, Leute. Ich will das gar nicht abreden. Ja, aber es ist einfach ärgerlich, dass das leckt, die Scheiße. Und dann auch so wie Sau, ey. Hier müssen wir zurück, wo wir drüber hergeflogen sind, glaube ich. Genau, und hier dann rechts. Hier haben wir auch noch nicht. Ich mache noch. Ja. Game Mode. Tolle Wurst. Dann fangen wir mal an. Ich guck mich erst mal um, wie das funktioniert. Okay, ich muss hier runter. Runter ins Wasser? Runter ins Wasser. Schaut man ja nie. Okay. 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 Das leckt so derbe. Kann's vergessen. Das brauche ich gar nicht machen. Das leckt wie Sau. Oh, was Blödsinn ist das? Ja, dann lass mal die Map gehen mal durch. Game Mode 1. Ja, das ist... Ich willst du da durchgehen, ja? Das ist für die Leute auch grausam anzuschauen, wenn's leckt, die Sau. Bei dir. Und bei mir geht's. Leckt trotzdem die Sau. Man sieht es, wenn man das anschaut. Nervt. Gebt mir voll auf die Nüsse. Dann brauchen wir die hier gar nicht machen. Dann machen wir die hier. Auf der linken Seite ja leckt. Ja. Kein Spaß dann zuzuschauen. Hier wollen wir mal ein Bettchen schmeißen. Wollte ich gerade sagen, stell mal lieber ein Bettchen. Ja, Leute. Wir sagen vielen Dank fürs Einschalten bei Minecraft Adventure Map. Bis zur nächsten Runde. Ja, Leute. Tut uns leid, dass wir das weggelassen. Aber ich hab mir die Videos angeguckt, wie wir das mit dem Time gemacht haben. Und es ist einfach widerlich anzuschauen. Da lassen wir die lieber weg. Wenn ich ganz ehrlich bin. Und es ist auch fast unspielbar. Ich spiel hier mit Shader und alles ist echt asozial dann. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschaui laui. Tschüss.